Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Survival. Ja, heute mit dem liebsten von unseren liebsten Minecraft-Mitspielern, Marcel. Und unserem wunderbaren, immer noch Special-Gest, mittlerweile gar nicht mehr so special, True-Beer- Jetzt habe ich True-Beer gesagt. True-Barload. Wo habe ich jetzt Bio gelesen? Ich schaue die langsamen. Ja, echt so. Ja, was macht man jetzt? Hast du eine Idee, was man gegen die Slams machen kann? Ja. Ja, du kannst alles mit Half-Slaps vollkleistern. Womit vollkleistern? Mit Half-Slaps. Was ist das? Halben Stein. Ach so, ja, und dann kommen die nicht drüber, oder wie? Nee, da spawnen die nicht drauf. Du musst alles damit voll machen. Marcel! Was? Du brauchst eine halbe Steine. Und die man dumm. Also dich. Marcel, wollen wir uns mal schlagen? Ich habe nur ein halbes Herz. Klopft euch. Jetzt kein Problem damit. Warum hast du immer nur so wenig Herzen? Weiß nicht. Ich mach, ess mal was. Dafür rottet das Fleisch rein. Ich glaube, ich brate mal ein bisschen Fleisch. Und ich mach mir mal einen Goldapfel. Genau, mach den Goldapfel. Verschwendet das ganze Gold. Was kann man ein Besseres aus Gold machen? Booster Grails für Minecarts. Ja, genau. Goldene Karotten. Ich meine, wir machen uns auch Diamantschaufeln, ja. Wir sind da nicht so. Ah, ich nehm mal die Platte mit. Warum stehen ja zwei Öfen? Uh, das sollst du nämlich mit. Öfen eingesetzt. Ich habe einen großen Mangel an Öfen. Ja, hier drin ist eine Ofenfabrik. Ja, da drin. Da muss man mal reinlatschen. Ja, wir sind anständige Menschen. Wir laufen überall rein. Ah, widerlich. Ähm, rohes Rindfleisch. Ähm. Haben wir hellblaue Blumen? Keine Ahnung, ob wir hellblaue Blumen haben. Nein, wir sammeln keine Blumen. Wir sind hier im Sumpf. Die wachsen hier normalerweise. Seitdem habt ihr alle hier weggeschmissen. Äh. Warten wir nie machen. Wie hat man? Ach, wie da alles sind sortiert her. So, meine Zuschauer. Meine Folge ist auch damit schon zu Ende. Aber ich würde sagen, sie das tun nicht. Haut da rein und cheerio. Du warst jetzt ein paar Mal unterbrochen, Marcel. Was? Du warst jetzt ein paar Mal unterbrochen. Warum? Weiß ich doch nicht. Da sind wir unterbrochen worden. Unterbrochen worden. Auf meiner Aufnahme hört man das halt. Ähm. Blau. Peonies haben wir. Das ist schön. Gebrauchtest blaue Blumen? Äh, ich hab schon. Ey, guck mal, was ich jetzt hier gemacht habe. Weil ich hab jetzt extra wegen dir so einen schönen Blumenwiese gemacht. Das kannst du mir auch gerne geben. Nehme ich immer noch gerne an. Marcel! Ich hab gerade alles so schön gemacht. Du machst schon wieder alles kaputt. Was? Ey! Hattest du wirklich nur ein Herz? Ich hatte ein halbes Herz. Ähm. Ich hab noch deine Minecart-Tracks. Deine Schienen. Oh Marcel, es tut so weh. Ey! Ey! Stopp, stopp, stopp! Bleib stehen, bleib stehen. Bitteschön. Yay, danke schön. I know. Ja, der Rest ist da hinten auf der Wiese. Wow. Übertreib halt. Ja, ein bisschen übertreiben kann man ja. Ja, ich tue ich mal da rein. Hopp. Äh. Geiß. Hopp. Mal die Schaufel. Ohne Grafikpack zu spielen ist scheiße. Kacke. Überbaut. Ambros, Ambros, Ambros waren oben drei, ja. Machst du den neuen Ambros? Ja. Ja. Der andere macht's nicht mehr lange. Wie gesagt, man kann die nämlich benutzen, wenn man will. Ja, wir spielen aber richtig. Ja, Lukas, wie lange willst du noch aufnehmen? Ich? Mach jetzt noch meine Folge fertig. Na, ist denn die Folge noch, du Esel? Ich habe eine neue. Äh. Wie geht das? Sieben Minuten. Ja. Du hast eine neue Aufnahme gestartet, wo ich kurz draußen gucken war? Ja. Genau. Genau dann. Um genau diese Reaktion von dir auszulösen. Ach so. Papier. Wie hat man Papier eigentlich hergestellt? Drei Zuckerrohr. Zuckerrohr. Wir haben keine drei Zuckerrohr. Ich glaube, ich muss eine Farm bauen. Übertrag. Ich hoffe, wir haben noch Erde. Ich hoffe, wir haben Leder. Äh, ich glaube nicht. Leder. Ja, du. Marsi, wir haben kein Zuckerrohr. Ich brauche schnell eine Farm, warte. Ich bin einfach in allen Kisten, alles verteilt. Das ist schlimm, wa? Aussi, was hast du rumgezählt? Die haben keine Erde. Ich habe fünf Slacks gefunden in den Kisten. Echt? Ja. Ich habe nur in den Kisten, wo er so vor Erde dran stand. Ja, das reicht für eine... ...Zuckerrohr fahren. Die brauchen wir so dringend. Was ist denn jetzt denn Zuckerrohr da oben? Was weiß ich mit den zwei Betten, die jetzt unter der Erde sind? Das ist da hinten im einen schlaff ich. Im anderen ich. Wie kommt ihr da jetzt dran? Keine Ahnung. Weiß nicht, Lukas Idee war das. Unten macht man das Zuckerrohr hin. Ah. Und wie baut man denn jetzt Bücherregale? Äh, drei Bücher. Ach da, warte mal hier, hier. Aha, drei Bücher in die Mitte und... ...und unten, um unten, drei Holz. Endlich weiß ich, wie man Bücherregale baut. Hast du eigentlich heute mit Dello gesprochen? Nein. Doch. Der wollte doch alleine mit dir reden. Ja, wir haben auch gemeinsam mit Virus mit ihm geredet. War auch mit zufrieden. Ich weiß gar nicht, was hat denn er gefragt? Der wollte, der wollte mir das nicht sagen, worum es geht. Ach, ich weiß nicht, um was es ging, ja. Er liebt dich. Ja, er liebt mich wirklich. Tschüss. Vielleicht heiraten wir ja noch irgendwann. Wir haben nämlich über irgendwas gesprochen und hat er gesagt, das will er nicht sagen, weil ich zu viel mit dir abhänge. Ach, jetzt habe ich Papier in die Mitte gemacht, statt Bücher. Yay. Lass bei mir. Lass bei mir. Barbarian. Lukas, weißt du was, ich habe unsere Zuckerrohrform angebaut. Wurde aber auch Zeit. Schön. Ja, geil. Wir hatten so Zuckerrohrmangel. Passbar, oder? Also ich weiß gar nicht, wie man sowas wie so was passiert ist. Keinem normalen Menschen da Zuckerrohrmangel. Wieso hackst du das Zuckerrohr unten ab? Hack ich nicht, ich baue hier gerade an. Ach so, ach so, du baust weiter. Ich hoffe, ich habe keine in die Ecken getan. Nö, nö. Ganz so doof sind wir ja auch nicht. Äh, jetzt brauchen wir Leder. Wo kriegen wir Leder her? Kühe. Kühe, Käninchen oder Pferde. Hm, Marcel? Äh, habe ich nicht da gerade. Wir brauchen Weizen. Ach, ich muss aber gerade leider, leider die Zuckerrohrform erweitern. Wir haben nicht genug Zuckerrohr. Habe ich eben schon. Ah, hier ist noch zwei Leder. Da sind zwei Bücher. Da bringt er nicht mehr. Am Inventar da machen. Essen mitnehmen. Wackeln. Ich glaube, ich muss mal unsere Kühe füttern. Okay. So, mach doch langsam. Hey. Ist das schön. Und so einbruchssicher. Ja, ne? Oh, mein Hals, Alter. Das geht gar nicht. Irgendwas wollte ich noch machen, was produktiv ist. Auf dem Feld sind Zombies. Tötet die mal schnell, schnell, schnell. Oh, ein Creeper. Hallo, schnell. Wo bist denn du? Auf dem Feld mit Zuckerrohr. Wir haben viele Felder. Hilf mir doch. Warum ziehst du keine Rüstung an? Flächen machen. Die liegen in den Kisten rum. Ähm. Wir haben keine Rüstung mehr in den Kisten. Oh, na dann. Was eigentlich gerade so einfällt, muss eigentlich wohl nicht zur Schule, hier zu Bellow, was weiß ich. Nein, ich geh schon lange nicht mehr zur Schule. Äh, wie alt bist du? Wann dich. Hör ich? Oh mein Gott. Was denn? Was? Tötet die? Was denn jetzt schon wieder? Ähm. Ich hätte durch. Ich hätte schon. Du hörst dich ein bisschen jünger an. Ja. So drei Wochen jünger. Ich glaube mal so um sechs Jahre jünger. Na gut, Tobi hört sich auch so an und Tobi ist 22. Ach Marci, du kennst Tobi gar nicht. Stimmt. Ich glaube schon. Nein, du warst noch nie. Nein, Tobi kennst du nicht. Ich wollte dich niemals mehr zu Tobi nehmen. Nein. Er schmeißt mich raus. Tobi schmeißt mich raus. Marci, wo bist du? Körper anbauen. Bleib stehen. Stopp. Marci, Marci, stehen. Ich brauche Quarz. Haben wir Quarz? Irgendwo ja. Wohl zu arm, ja. Ich bin kein Quarz. Wir haben kein Quarz, musst du ja nicht. Wo hattest du jetzt den halten am Boss? Die andere Frage, musst du morgen arbeiten? Nein. Ich gehe schon lange nicht mehr arbeiten. Ich bin schon in Rente. Früh renten ab, ne? Ich habe mir den Arm 25 mal gebrochen und deswegen kann ich nicht mehr arbeiten. Was läuft bei dir? Lukas töte es, Lukas töte es, Lukas töte es, Lukas. Weder meint. Es ist vollbracht, unsere Zuckerrohrfarm ist vollendet. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit dem unendlichen Arm was noch geht, der Microfrancene braucht. Aber ich kann es mal ausprobieren, oder? Ja, aber teste aus. Es wäre mal interessant zu wissen. Ja, ich brauche einen Kessel, Lava und einen beschädigten Lambos. Einen Kessel habe ich. Lava musst du unten aus der Miene holen. Da brauche ich nur noch einen Eimer. Äh. Warte, ich mache dir einen, ich mache dir einen. Da liegt einer. Da liegt noch einer. Dankeschön. Und ich brauche auch einen. Warte, 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 warte. Wo willst du den Kessel hinhaben? Hm. Äh. Ich baue da gleich auf. Hier, warte, nimm den Kessel gleich mit. So, ich gucke mir da gerade nämlich mal noch ein tutorial zu an. Weil es ist jetzt schon viel. Jo, mach das, mach das. Oh, Marcel hat das Spiel verlassen. Ja. Marcel hat DC. Ich kann mich auch schon wieder nicht wiederbeleben. Hm. Ich brauche noch einen Pfeil. Ein Dispencil. Hast du mein Zeug aufgehoben, Lukas, oder nicht? Ja, ich schmeiße es dir gerade zu, Marcel. Komm zurück. Marcel, komm hier. Hat auch Standbilder, ich sehe nichts, ne? Ah, ich brauche Eisengitter. Hinten ist ein Dschungel. Wollen wir den anzünden? Oh. Was eisen? Ja, Jungs, was haltet ihr eigentlich davon, ob wir jetzt ein größeres Überrohr aufhaben haben, dass sie endlich effektiv wird? Sehr, sehr interessant. Ja, findest du auch gut, ja? Um das mal so auszudrücken, ja. Man kann nie genug Zuckerrohr haben, ne? Ja, noch größer waren. Mein Scheiß, aber auch. War gut, dass du es sagst. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, ohne dich. Du hättest mal, du hättest mal die Farben vorher sehen sollen, du hast nur noch Zuckerrohr gesehen, hier, ich habe es überall angepflanzt am WG-Brand. Ach du Scheiß. Fick ihm den Link zu deinem Video, Marcel. Ja, da muss ich das aber freischalten. Ich habe es auf Privat gesetzt, also... ...dings, dass du es nicht siehst. Weil kein Mensch von mir will drei Stunden lang sehen, wie ich nur Zuckerrohr an und abbaue. Doch, ich? Du hast ein drei Stunden Video aufgeladen. Äh, ja. Ich habe alles aufgeladen und habe es auszuschneiden. Das ist eine Rhythm. Höre, ich habe drei oder vier oder fünf Folgen nur Zuckerrohr auf dem Abbaue. Na ja, wenn es interessiert. Marcel? Was? Ich habe was, damit dein Zuckerrohr schneller wächst. Na, hör auf. Meinst du nicht? Lass es. Oh. Lukas, das ist prêt. Das ist ein Bren. Oh. Meinst du nicht auch, dass ich die Zuckerrohr-Form noch nach hinten größer bauen sollte? Ja, unbedingt. Vielleicht um Erde. Was? Marcel, ich habe 41 Stück für dich. Komm her. Komm her. Wo bist denn, du Zuckerrohr-Former? Hier, bitteschön. Dankeschön. Neun Gold waren dafür. Ich will kein Gold. Dafür kannst du aber goldene Äpfel machen. Hast du auch wieder recht. Niemand braucht goldene Äpfel. Doch. Das Land braucht keine weiteren Äpfel. Ah, Kühe machen Liebe. Ja, wo soll man Liebe machen? Ja, meine sehr verehrten Zuschauer, ich sage dann mal für heute Tschüssi und bis zum nächsten Mal. See ya und schlaft recht gut. Tschüss.